Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das, was Großvater Wilhelm erzählte, nicht der Wirklichkeit entsprach. Denn warum würden die Tiere draußen sonst unruhig werden oder sich da wach und winselnd und leise fiepend in seine Wachhütte zurückziehen? Ludwig, der hellwach in seinem Bett lag und die Finger in die Bettdecke krallte, glaubte, ihm würde ein kalter, eisiger Schauer über den Rücken fahren, als hätte er nichts anderes im Sinn gehabt, als nach draußen vor die Tür, das tippte sich dabei gegen die Stirn. Wölfe tauchen im Rudel auf, nicht alleine, und wir haben nur die Spur von einem Tier gefunden. Du solltest nicht, hab ich aber schon, sagte Alois schnaufend und deutete auf den in der Ferne liegenden Wald, wohin die Spuren des Tieres führten, das die Hühner gerissen hatte. Und sie werden gute Arbeit leisten. Wer? Die Jäger, frohlockte Alois und sah nicht, wie sein Sohn zusammenzuckte, als er die Neuigkeit vernahm, die sein Vater gerade verkündete, und überrascht gewesen, als er gesehen hatte, wie freundlich und zuvorkommend er gewesen war. Sie hatten mindestens zwei Stunden im Schatten der Bäume gesessen, die auf den felsigen Vorsprung, der über einem Tal gelegen hatte, gewachsen waren. Über Gott und die Welt hatten sie gesprochen, über ihre Ziele und Träume, über das, was hinter ihnen lag und das, was sie von der Zukunft noch erwarteten. Hermann war dabei ganz sicher und eindeutig gewesen. Er hatte von seinem Mädchen berichtet, dass er heiraten wollte, und dass er sich eines Tages hatte mehr ein freundliches Wort für ihn übrig. Und selbst Erwin, der sonst immer geduldet worden war, hatte den einen oder anderen Tritt bekommen, damit er sich mit seiner Bettelei verzog und ehrliche Bürger nicht mehr belästigte. Einmal hatte Ludwig sogar gehört, dass einige der Erwachsenen meinten, dass Erwin das gesuchte Monster sei, dass er für das Verschwinden der Dreijäger verantwortlich war und dass er die ganzen Tiere gerissen hatte. Blödsinn, da war sich Ludwig sicher. Das Ungetüm hatte einen anderen Hintergrund. Und du bist Urs, nicht wahr? Der bin ich, ja, erwiderte der gebeugte Mann nickend, dessen Gesichtszüge etwas Seltsames an sich hatten. Sie schienen in die Länge gezogen zu sein. Das Kinn war eckig und kantig und wirkte wie ein nach unten geklappter Kiefer. Die Augen, die unter den buschigen Augenbrauen beinahe verloren gingen, funkelten blau und hatten doch einen anderen, intensiven Stich in sich, der Ludwig an ein raubtierhaftes Gelb erinnerte. Was führt dich zu mir? Nur beweisen hatten sie es ihm nicht können. Niemand konnte Urs jemals etwas nachweisen. Weder seinen Pakt mit den dunklen Mächten, noch dass er hinter dem Verschwinden der beiden Mädchen steckte. Sie hatten ihn gemieden, ihn aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und immer unter dunklen Vorahnungen gelitten. Jeder hatte sich mindestens einmal bei dem Gedanken erwischt, sich einen Knüppel zu nehmen, hinaus in den Wald zu gehen und Urs damit eins über den Schädel zu ziehen. Er hatte den Zauber aufrechtzuhalten, der ihn umgab. Obwohl der Mond hell und voll am Himmel stand, hatte Urs bemerkt, dass er alle Kraft verloren hatte, die ihm einst gegeben worden war. Er hatte einfach da gelegen, von Krämpfen geschüttelt und nicht mehr dazu in der Lage, einen klaren, eindeutigen Gedanken zu fassen. Und nun? Was war jetzt mit ihm geschehen? Noch immer stachen die Schmerzen durch seinen Kopf, zerwühlten seine Eingeweide und ließen ihn nicht einmal. Der bin ich ja, erwiderte der gebeugte Mann nickend, dessen Gesichtszüge etwas Seltsames an sich hatten. Sie schienen in die Länge gezogen zu sein. Das Kinn war eckig und kantig und wirkte wie ein nach unten geklappter Kiefer. Die Augen, die unter den buschigen Augenbrauen beinahe verloren gingen, funkelten blau und hatten doch einen anderen, intensiven Stich in sich, der Ludwig an ein raubtierhaftes Gelb erinnerte. Was führt dich zu mir? Nur bewahrte er, dass er hörte, Wirklichkeit sein. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das, was Großvater Wilhelm erzählte, nicht der Wirklichkeit entsprach. Denn warum würden die Tiere draußen sonst unruhig werden oder sich da wach und winselnd und leise fiepend in seine Wachhütte zurückziehen? Ludwig, der hellwach in seinem Bett lag und die Finger in die Bettdecke krallte, glaubte, ihm würde ein kalter, eisiger Schauer über den Rücken fahren, als hätte er nichts anderes im Sinn gehabt, als nach draußen vor die Tür, das tippte sich dabei gegen die Stirn. Wölfe tauchen im Rudel auf, nicht alleine, und wir haben nur die Spur von einem Tier gefunden. Du solltest nicht, hab ich aber schon, sagte Alois schnaufend und deutete auf den in der Ferne liegenden Wald, wohin die Spuren des Tieres führten, das die Hühner gerissen hatte. Und sie werden gute Arbeit leisten. Wer? Die Jäger, frohlockte Alois und sah nicht, wie sein Sohn zusammenzuckte, als er die Neuigkeit vernahm, die sein Vater gerade verkündete. Und überrascht gewesen, als er übrig. Und selbst Erwin, der sonst immer geduldet worden war, hatte den einen oder anderen Tritt bekommen, damit er sich mit seiner Bettelei verzog und ehrliche Bürger nicht mehr belästigte. Einmal hatte Ludwig sogar gehört, dass einige der Erwachsenen meinten, dass Erwin das gesuchte Monster sei, dass er für das Verschwinden der Dreijähriger verantwortlich war und dass er die ganzen Tiere gerissen hatte. Blödsinn, da war sich Ludwig sicher. Das Ungetüm hatte einen anderen Hintergrund. Und du bist Urs, nicht wahr? ...gesehen hatte, wie freundlich und zuvorkommend er gewesen war. Sie hatten mindestens zwei Stunden im Schatten der Bäume gesessen, die auf den felsigen Vorsprung, der über einem Tal gelegen hatte, gewachsen waren. Über Gott und die Welt hatten sie gesprochen. Über ihre Ziele und Träume. Über das, was hinter ihnen lag und das, was sie von der Zukunft noch erwarteten. Hermann war dabei ganz sicher und eindeutig gewesen. Er hatte von seinem Mädchen berichtet, dass er heiraten wollte und dass er sich eines Tages hatte mehr ein freundliches Wort für ihn.